Ja, hallo liebe Freunde. Jetzt bin ich auch dran. Wir machen das mal kurz und schnackig. Wir haben hier gerade alles so schön aufgebaut. Also schließe ich mich gleich meinem lieben Mann Janni an und bedanke mich auch ganz herzlich. Ich nominiere Mark Fettersson von Lautstark, Daniel Spindler von Baltic Open Air und Steffi von Ahnen, meine liebe Freundin. So, los geht's. Oh Gott, warte, 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 warte. Ich habe Angst. Los! Los!